Nachdenkseiten Die kritische Website Unternehmer von Haftung befreien, die Politik retten? Werner Rügemer zum künftigen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes Verantwortlich Redaktion In diesen Tagen muss man den Eindruck gewinnen, dass einem nichts erspart bleibt. Mit Merz als potenziellem Bundeskanzler ein Anhängsel von US- und NATO-Interessen Mit der Alternative Kramp-Karrenbauer auch nichts Besseres, wie gestern Abend bei Anne Will sichtbar wurde. Und schon auf dem Weg ist mit dem zum stellvertretenden Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts gewählten Stefan Harbert ein einschmiegsamer Vertreter der Wirtschaft. Dazu Werner Rügemer. Stefan Harbert, CDU Der zukünftige Präsident des Bundesverfassungsschutzgerichts und seine Unternehmerkanzlei Schilling Zutt und Anschutz SZA Am 22. und 23. November 2018 wählten Bundestag und Bundesrat den CDU-Abgeordneten Stefan Harbert zum Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Dazu hatten sich die Fraktionen der regierenden CDU und SPD auch mit der FDP und den Grünen zu der nötigen Zweidrittelmehrheit geeinigt. Harbert soll 2020 dann auch Präsident des obersten deutschen Gerichtes werden. Es gab schon viele politisch-konservative, reaktionäre, oberste Bundesverfassungsrichter, aber noch keinen, der so direkt aus der Welt der größten Unternehmen kam. Blackrock und Merz lassen grüßen. Der unscheinbare katholische Aufsteiger Der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete Harbert ist ein unbekannter, ja unauffälliger Politiker, jedenfalls für die breite Öffentlichkeit. Er inszeniert sich auf seiner Website als biederer Familienvater, katholisch verheiratet, drei Kinder. Heimatverbunden wohne er im schönen Kraichgau, teilt der immer bescheiden Lächelnde mit. Das Handelsblatt bescheinigt ihm liebevoll, ein besonnener Typ zu sein, mit angenehmer, unauffälliger, aber immer korrekter Erscheinung. Er ist schmal, trägt in Berlin stets dunkle Anzüge mit Krawatte und Einstecktuch und sein Haar liegt wie eine silberne Haube auf seinem Kopf. Das Unternehmerblatt berichtet über weitere Eigenschaften. Bei aller Zurückhaltung zeigt er immer inhaltliche Stärke und Führungskraft. Zudem sei er im guten altmodischen Sinne höflich und nobel. Als 22-Jähriger hatte der unscheinbare, aber prinzipienfeste Katholik begonnen, sich in der CDU hochzuarbeiten. Von den Vorständen des Wahlkreises Rhein-Neckar, über die CDU Nordbaden, über die CDU Baden-Württemberg, bis er zum stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag und zum Mitglied im CDU-Bundesvorstand aufstieg. Immer geräuschlos und effektiv. Auch gegen die Ehe für alle sprach er sich gottesfürchtig aus, wie sein seelenverwandter Ex-Kollege Friedrich Merz. Schon früh auf dieser christlich lackierten Spur muss der unauffällige Aufstreber dem Privatkapital und seinen medialen Lautsprechern aufgefallen sein. Nummer 3. Der Top-Hauptverdiener im Bundestag So gehört der immer nach Handelsblatt-Vorschriften korrekte Business-Gekleidete mit dem dezenten Einstecktuch im grauen Anzug zu den vier Top-Nebenverdienern unter den 630 Abgeordneten. Nach der im doppelten Sinn großzügigen Regelung für die Veröffentlichung von beruflichen und unternehmerischen Neben- bzw. Haupteinkünften rangiert Harbert in der obersten Kategorie 10. Sie besagt aber lediglich, dass der und die Betreffende mindestens 250.000 Euro verdient, jährlich, neben seinen kleinen Abgeordneten-Diäten. Die Skala der Kategorie 10 ist nach oben offen, das können Millionen sein. Die Nebeneinkünfte dieses Abgeordneten sind seine Haupteinkünfte. Die nach oben offene Bereicherungsskala soll bei Harbert um etwa eine Million Euro pendeln, wie einschlägige Kenner vorsichtig vermuten. Er ist seit 2006 Partner, also Miteigentümer der Unternehmerkanzlei Schilling-Zutt und Anschutz SZA. Damit ist er an den jährlichen Gewinnausschüttungen beteiligt. Er ist auch noch Geschäftsführer der Kanzlei. Und er ist noch Mitglied im Vorstand der Kanzlei, denn die ist als Aktiengesellschaft organisiert und der Vorstand wird auch entlohnt. Und vor allem Unternehmerrecht als Marktware Seine Kanzlei SZA mit 65 Anwälten, davon 20 Partnern wie Harbert selbst, ist als Aktiengesellschaft organisiert, nach US-Vorbild also eine Law-Firm. Zeitweise war SZA Teil der US-Großkanzlei Sherman & Sterling, die unter anderem die Besetzung internationaler privater Schiedsgerichte dominiert. 2008 machte sich SZA als eigene Aktiengesellschaft wieder selbstständig. Rechtliche Vertretung ist hier eine Ware wie eine andere, allerdings eine besonders hochwertige. Es geht nicht um Recht im Sinne von Gerechtigkeit, nicht um Gleichheit aller Bürger und Bürgerinnen vor dem Gesetz. Vielmehr verkauft SZA das Recht bekommen als möglichst teure Ware, die einen möglichst hohen Gewinn bringen soll für die Kanzlei selbst, etwa für Anwalt und Vorstandsmitglied Harbert und auch für die Mandanten. Die wahre Recht für Unternehmer verkauft SZA an eine kleine, immer radikalere Minderheit der Gesellschaft, an Unternehmen, und zwar an möglichst große und gewinnträchtige Unternehmen. Und SZA hat ausschließlich private Unternehmen als Mandanten. So beriet seit den 1950er Jahren der Mitbegründer und Namensgeber Wolfgang Schilling etwa Friedrich Flick, Siebergeigi, die Deutsche Bank und Daimler-Benz. Über den CDU-Wirtschaftsrat bekam die Kanzlei Mandate der Treuhand für die staatlich hochsubventionierte Privatisierung der DDR-Betriebe. Im Jahr 2012 gehörten zwölf der 30 DAX-Konzerne gleichzeitig zur Kundschaft der Kanzlei. Sie beriet auch etwa Daimler bei der Milliardenübernahme von Chrysler. Davon bekommt Miteigentümer, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Harbert auch einiges ab. Zum Beispiel auch noch Mandate für den Auto- und Finanzkonzern Daimler, den Versicherungs-, Wertpapierhandels- und Immobilienkonzern Allianz sowie die Pharmakonzerne Sanovis Aventis und Merck. Alles Harberts Mandate für Milliardendeals. Weiter auf der Liste der Harbert-Mandate, die er über SZA bekam und bekommt, Südzucker, Springer Science, Perfect Vision, Wöllner Gruppe, MVV Energie, Gruner & Jahr, Klett, Crop Energies, KUKA. Da ging und geht es um Fusionen und Übernahmen, Verkauf von Unternehmensanteilen, Joint Ventures und Platzierung von Anleihepaketen. Nach dem Abgasbetrug SZA vertritt VW Auf der Website exponiert die Kanzlei ihr inniges Verhältnis zu ihrer Mandantschaft, die jetzige und die zukünftige. Einige der anbiedernden Werbeslogans lauten Ein besonders großer Mandant, bei dem es um zweistellige Milliardenbeträge geht, ist der VW-Konzern. Seit dem Bekanntwerden seiner systematischen Abgasbetrügereien, lässt er sich von SZA vertreten, nachdem ein Problem aufgetaucht war. In diesem Fall hat nicht Harbert das Mandat übernommen, sondern ein Kollege. Deshalb konnte der noble und entscheidungsstarke Harbert in seiner anderen Rolle als Abgeordneter im Bundestagsausschuss für Recht und Verbraucherschutz, hier ist Harbert Obmann der CDU-Fraktion, ganz unparteiisch und unschuldig dafür eintreten, dass ein für VW unangenehmes Thema von der Tagesordnung gestrichen wurde, mit Harberts Stimme. Der Tagesordnungspunkt lautete, Verbraucherrechtliche Auswirkungen, zivilrechtliche Ansprüche und rechtliche Konsequenzen des aktuellen VW-Skandals. Nicht Schutz von geschädigten Verbrauchern ist Harberts Multitasking-Anliegen, sondern Schutz von Unternehmen und seien sie kriminell. Wenn Unternehmer nicht einmal einen Bierdeckel brauchen, Steuergestaltung für Unternehmer. Zu den für Kanzlei wie Mandanten einschlägigen Maßnahmen der Gewinnsteigerung gehört die Steuerhinterziehung, pardon, Steuergestaltung. Der dafür wärmende Slogan auf der SZA-Website lautet, Steuerrecht gleicht einem Dschungel, wir führen sie kompetent hindurch. Hier ist der Bierdeckel des Seelenverwandten Unternehmer, Anwalts und Ex-Abgeordneten März noch nicht ankommen, wird auch nie ankommen. Die optimale Lösung besteht ja darin, dass man nicht einmal einen Bierdeckel braucht, wenn man nämlich gar keine Steuererklärung abgibt. Für abhängig Beschäftigte ist das schwer, für Unternehmen aber umso leichter. Denn die einschlägigen Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater und Wirtschaftskanzleien gestalten ja selbst den Steuerdschungel weltweit in vier Dutzend Finanzoasen zwischen Delaware, Luxemburg und Singapur immer dichter. Deshalb ist die kompetente Führung durch den selbst mitgeschaffenen Dschungel ein schöner Geschäftsbereich, auch für SZA. Zu den Mandanten, mit denen die Kanzlei hier wirbt, gehört etwa die Uniwheels Holding mit Sitz der Finanzoase Malta. Gegenwärtig schafft zum Beispiel der Brexit gute Möglichkeiten für Steuergestaltung im Steuerdschungel. Auf der Website informiert uns SZA, dass in der Vergangenheit 8.000 bis 10.000 Unternehmen in Deutschland sich die britische Unternehmensrechtsform einer UK Limited oder Limited & Co. KG bei den einschlägigen Beratern gekauft haben. Die war von britischen Anwälten für Unternehmen auf dem EU-Kontinent angeboten und von deutschen Anwälten vermittelt worden. Übrigens, das nutzten solche aufstrebenden Unternehmer wie Erik Schweitzer, heute Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, die IHK. Als er sein Müllunternehmen Alba mit dem Müllunternehmen Interzero fusionierte, das von der Wirtschaftskanzlei Mayor Brown beraten wurde und dessen Anwalt Merz in den Aufsichtsrat aufnahm, gründete Schweitzer in London unter anderem die beiden Briefkastenfirmen Alpsi Limited und Apsi Limited, um in ihnen seine 50.000 Aktien zu verstecken, gerecht aufgeteilt auf jeweils 25.000. In einer solchen Firma musste keine noch so kleine Haftungssumme von 25.000 Euro wie in eine deutsche GmbH eingezahlt werden. Darüber hinaus ist eine UK Limited ein kostengünstiger und zuverlässiger Schutz vor persönlicher Haftung, bestätigt SZA. Diese vorteilhafte Lösung der rechtlich abgesicherten Verantwortungslosigkeit sei mit dem Brexit allerdings vorbei. Diese Rechtsform wird dann in Deutschland nicht mehr anerkannt. Was tun? SZA weiß Rat. Nun müssen diese 8.000 bis 10.000 Unternehmen eben umgegründet werden. Aber leider bringen die deutschen Rechtsformen erhebliche Haftungsrisiken und steuerliche Belastungen mit sich, so SZA. Aber es bleibe noch eine Übergangszeit. Die Kanzlei helfe bei der Konstruktion haftungsbeschränkter Rechtsformen auch in Deutschland, zum Beispiel mithilfe der Verschmelzung einer UG und CoKG mit einer GmbH. Zudem gehört zur Kanzlei schon länger die Praxisgruppe Beratung von vermögenden Privatpersonen und für die steuerrechtliche Beratung bei der Verwaltung größerer Vermögen. Standesgemäß Honorarprofessur Fast hätten wir es vergessen. Neben seinen Funktionen als Abgeordneter in seinem Wahlkreis Rhein-Neckar, im Fraktionsvorstand, im CDU-Bundesvorstand, im Kanzleivorstand, als Kanzleigeschäftsführer und neben seinen Anwaltsmandaten für große Unternehmen, findet der bisher skandallos Unauffällige noch genügend Zeit für Tätigkeiten, die einen Anwalt seines Milieus nebenbei standesgemäß auch zieren müssen. Seit 2004 ist er Lehrbeauftragter und seit 2018 Honorarprofessor an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg. Der Korrektheit halber sei angemerkt, Honorarprofessor, Da darf man zwar den irgendwie angesehenen Titelprofessor tragen, aber das bedeutet gerade nicht, dass man dafür ein Honorar bekommt. Nein, man bekommt gar nichts, außer dass man mit einem solchen Titel im eigenen Milieu, wie auch bei Unkundigen, das Image aufpolieren kann. Gerade ein Wirtschaftsanwalt braucht was Objektives, Wissenschaftliches oder was jedenfalls so klingt. Allerdings, man muss auch eine gewisse Lehrtätigkeit absolvieren, sonst verliert man den Titel. Das macht Harbert nebenbei. Der jetzt intronisierte Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts behandelt in seiner Lehrerveranstaltung im Wintersemester 2018-19 Themen aus dem aufblühenden After-Brexit-Geschäft seiner Kanzlei. Wie sieht eine passende GbR, OHG, KG, GmbH und Co. KG aus? Stolze Tradition – schon rechtliche Hilfe für die IG Farben Die Kanzlei SZA rühmt ihre 100-jährige Tradition im Einsatz für modernste Unternehmensformen. So hätten die Kanzleigründer Heinrich Kronstein und Wilhelm Zutt während der 1920er Jahre in der Weimarer Republik am Verkauf von Opel an General Motors mitgewirkt. Besonders wichtig war die rechtliche Konstruktion bei der Gründung der IG Farben. In diesem Kartell wurden die damals größten deutschen Chemiekonzerne Bayer, BASF, Höchst und andere zusammengefasst. Sie bildeten ein machtvolles Monopol und dann die Grundlage für die lukrative Kriegsplanung der Nazis. Dazu gehörten, ganz modern, Briefkastenfirmen in der Schweiz und globale marktaufteilende Kartellverträge mit US-Energie- und Rüstungskonzernen wie Standard Oil und DuPont. Kanzleigründer Kronstein beriet bis 1935 in Nazideutschland bei der Arisierung jüdischer Unternehmen, wie Wikipedia berichtet. Dann musste er selbst ins Exil. Wegen der dorthin aufgebauten Beziehungen ging er in die USA. Er bekam die US-Staatsbürgerschaft und arbeitete während des Weltkriegs als Kenner der deutschen Wirtschaft für die US-Regierung. Hier gestand er 1940 ein, dass die kartellierte Wirtschaftsstruktur Deutschlands die Machtergreifung Hitlers erleichtert habe. Nach dem Krieg arbeitete Kronstein für US-Behörden beim Wiederaufbau in Westeuropa mit. Ab 1951 lehrte er als Wirtschaftsaktien- und Kartellrechtler an der Frankfurter Universität. Für die Rückgabe arisierter jüdischer Unternehmen setzte er sich allerdings nicht ein. Die Kanzlei orientiert sich weiter global am US-Unternehmensrecht, insbesondere am Steuer-, Fusions-, Arbeits- und Kartellrecht. So hat Harvard auch einen Abschluss an der Law School der Elite-Universität Yale erworben. Harvard ist wie Kollege Merz ein prinzipieller Transatlantiker und oft in den USA. Im Oktober 2018 referierte er an der Elite-Universität Harvard bei der jährlichen German-American Conference über den Schutz der Meinungsfreiheit, gesponsort unter anderem von Boston Consulting Group, Bayer und Siemens. Harvards Büroleiter Jakob Schroth ist Gründer und Ehrenvorsitzender der Initiative junger Transatlantiker. Harvard, wie Merz ein blinder Verehrer des US-Vorbilds, wurde ebenfalls vom größten Finanz- und Wirtschaftsereignis der letzten Zeit, das von den US-Freunden ausging, der Finanzkrise blind überrascht. So versteht er sich ohne Diskussion auch gut mit den Mitverursachern und Profiteuren der Finanzkrise, BlackRock und Co. Sie sind ohnehin Großaktionäre der wichtigsten der von SZA und Harvard betreuten Mandanten. SZA und auch Harvard äußern sich nicht, im Unterschied zu Merz als Hetzer gegen Gewerkschaftsmacht, gegen Mindestlohn und für die Abschaffung des Kündigungsschutzes. Aber unauffällig und effektiv arbeiten sie an der Schwächung der ohnehin Schwachen. Die SZA-Praxisgruppe Arbeitsrecht ist spezialisiert für dezentrale, unternehmensinterne Tarifverträge, die möglichst ohne öffentliche Diskussion über die Bühne gebracht werden. Harvard stellt auch nicht, im Unterschied zu Merz, nebenbei mal das Asylrecht in Frage. Nein, er befürwortet den geplanten UN-Migrationspakt. Der hat auch einen Vorteil, den man bei SZA sehr schätzt. Er ist unverbindlich für Unternehmen, aber gut fürs Image. Damit es auch wirklich kein Missverständnis gibt, betont der zukünftige Präsident des obersten deutschen Gerichts zurückhaltend aber bestimmt, eine Zuwanderung von Geringen oder gar Unqualifizierten darf es nicht geben. In Harberts reiche Welt dürfen nur Fachflüchtlinge gelangen, die die sanft sprechende, aber unerbittliche Vorherrschaft des großen Geldes klaglos akzeptieren. Der Unternehmensanwalt als Anker politischer Stabilität? Das Handelsblatt überschlägt sich in seinen Erwartungen an Harbert als zukünftigen Präsidenten des Bundesverfassungsgericht. Es könne doch sein, so himmelt die Autorin Heike Anger den Mann an, dass Harbert als Präsident des Bundesverfassungsgerichts der einst ein Anker der Stabilität werden muss, sollten die politischen Verhältnisse in Berlin mit einer weiteren Erosion der Volksparteien zunehmend instabil werden. Der einst. Der Unternehmeranwalt, der selbst zur Erosion seiner selbsternannten Volkspartei beiträgt, der Großnebenverdiener im Bundestag, der Mitorganisator der Steuergestaltung für Vermögende, der intransparente Multimillionär, der blinde Amerika-Anbeter, dem Völkerrecht und Menschenrechte nach US-Vorbild am Arsch vorbeigehen, der soll zum obersten Hüter des Rechts in Deutschland werden und auch noch Retter der politischen Verhältnisse zu deren Zerstörung er selbst beiträgt? Leute, Mitbürgerinnen und Mitbürger, Wählerinnen und Wähler, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Richterinnen und Richter, Autofahrerinnen und Autofahrer, Journalistinnen und Journalisten, seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Wollt ihr euch das auch noch bieten lassen? Von Werner Rügemer erschien zuletzt Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts Gemeinverständlicher Abriss zum Aufstieg der neuen Finanzakteure Köln 2018 357 Seiten 19,90 Euro Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Köln 2018 Köln 2018 Köln 2018 Köln 2018 Köln 2018 Vielen Dank.